Hi! Und auch heute ein Betthüpfel für dich. Lass uns schauen, was sagt die Lovebox für dich? Konzentriere dich! Eine Nachricht für dich? Von deinem Seelenpartner oder von deinem Liebsten? Karma, ja ich weiß, wir kennen uns schon aus früheren Leben. Und auch in diesem Leben hatten wir Schwierigkeiten zusammen zu kommen. Immer wieder wurden wir getrennt und sind erst gar nicht zusammengekommen. Und immer wegen Dritten, man hat uns immer Steine in den Weg gelegt. Und nun ist es wieder so, dass wir dieses Problem des Karmas haben. Eine Karma-Auflösung wäre angebracht. Helfe uns mit einer Karma-Auflösung. Ja, gute Nacht!